hey leute und ich bin jetzt hier noch mal kurz online für ein mini chest opening ich möchte jetzt nur die legy chest öffnen mehr nicht also wenn ihr das nicht sehen wollt könnt ihr auch wieder wegschalten es gibt schon ein ganz kurzes video aber ich dachte mir immer bin selber sehr neugierig was in dieser legy chest drin ist da ich ja gleich sowieso wegfahre und die dann nicht öffnen kann während ich aufnehme und ich sie jetzt noch öffnen möchte mache ich das einfach genau in dem moment erst noch mal hier die gratis truhe ich habe euch eingelogen die gratis truhe wird auch geöffnet ist hier vielleicht schon eine legy dran warum auch jetzt kommt die legy chest was brauche ich was möchte ich gerne haben also ich brauche lava hound eismagier elektromagier eismagier prinzessin oder ihr wisst schon entfernen also entfernen drachen hätte ich jetzt ungern also sehr sehr ungern da werde ich schon lieber einen von den vier am liebsten eismagier danach prinzessin dann elektromagier lava hound und entfernen drachen ganz hinten was ich richtig schön nein eher nicht was ich richtig scheiße finden würde würde ich wäre wenn ich den sparky level 2 kriegen kriege das wäre richtig müll das wäre noch schlimmer als ein entfernen drachen das wäre so die absolute absolute müll hoch 10 danach kommt der danach kommt der hier und dann würde der erste entfernen drachen kommen von letztlich nicht ziehen möchte die anderen sind alle eigentlich ganz ganz nice meiner level zwei kampf aus level zwei friedhof level zwei die werden richtig heißt okay dann öffne ich jetzt dann und der lava hound naja naja ist ich hätte mir was besseres gewünscht lava und ist jetzt nicht so aber es ist starke karte damit kann man richtig geile decks bauen und vielleicht werde ich das dann auch mal versuche ich meine es gibt starke lava ballon decks wo man irgendwie die ballon nicht angreifen kann weil er eben laber und drin ist mehr oder weniger mal sehen man sehen vielleicht probiere ich es mal so gut ich mache hier noch mal schon mal so dann ist sie in zwölf stunden auch fertig jetzt nochmal genau unten scrollen aber und habe ich auch alle level 1 keine doppelt ja da ist dann würde ich mal sagen was das mit der folge mit einem mini mini chest opening mehr oder weniger ihr könnt in meinen clan kommen ein platz ist frei ist sogar mein clan ich bin anführer und ja vielen dank dass ihr zugeguckt habt tschüss